Antenne zahlt ihre Rechnung. So, mit dem grauen Hosenanzug hat es bisher nicht ganz geklappt, weil der Bankomat nichts mehr ausgespuckt hat, Silvia. Ausgespuckt hätte er schon, aber er ist defekt. Er ist defekt, okay. Wir stehen vor dem richtigen Geschäft. Es geht um einen grauen Hosenanzug in werfen 50 Euro. Den übernehme ich klarerweise. Und jetzt gehen wir ihn anprobieren. Ja, super, danke. Auf geht's. Jetzt wollen wir aber schon noch sehen, wie der ausschaut für dich, Silvia. Okay. Auf geht's. Ich verspreche, ich bleib vorne draußen. Ich freue mich auf dich im Hosenanzug. Wenn er ein bisschen länger gewesen wäre, hätte ich ihn auch geholt. Okay. Das sind wieder die Ansagen der Feschefrau, Silvia. Was die ist? Sind wir gespannt. Grauer Hosenanzug, Wert von 50 Euro. Wir zahlen's. Ohne Schuhe. Oh, Silvia. Fesch, fesch. Danke, danke. Fesches Teil. Auch der Anzug. Und ja, wir zahlen's. Danke. Auf geht's Richtung Casa. So sind wir. Hosenanzug, Yoga-Jacke, was auch immer anfällt, wird's eins. So, das wären 49 after the break. Hehehe. Hehehe. Antenne zahlt Ihre Rechnung. Antenne. Da. Nah. Just Daz. Superfahrt. Wat dabei.